Hallo und herzlich willkommen meine Freunde ich bin es wieder heute hier sind wir schauen uns jetzt gemeinsam mal das nächste Setportal an Inas Mantra wo findet ihr das ganze natürlich in Akt 2 beim versteckten Lager da müssen wir einfach nur in die Stadt zurücklaufen einmal links runter in die Kanalisation und dann geradeaus nach rechts und kurz vor dem Übergang finden wir dann das Portal im Portal selbst die zweite Hauptaufgabe sich nicht einfrieren zu lassen beziehungsweise eben da mit dem Frostschaden ist kein Problem haben wir ein Amulett haben wir die Schuhe an das bedeutet also das können wir getrost ignorieren wo es ein bisschen komplizierter wird ist die erste Hauptaufgabe wo wir unsere Verbündeten herbeirufen müssen wenn wir von genügend Gegner umzingelt sind klingt jetzt einfach ist es aber bei weitem nicht der erste und wohl allerwichtigster Tipp ist ihr müsst euren Schaden droppen bedeutet also zuerst Items ausziehen nach Möglichkeit natürlich den Setbonus müsst ihr weiterhin behalten legendäre Edelsteine könnt ihr auch getrost rausnehmen der Schaden ist hoch genug und das allerwichtigste ist die grünen Sockel aus der Waffen zu entfernen das machen wir jetzt immer öfter mal bei den Portalen denn es ist einfach viel zu viel Schaden vorhanden und unsere Begleiter also die mysteriösen Verbündeten die ähm töten die Gegner bevor wir praktisch sie neu herbeirufen können und damit das ganze ein bisschen reduziert wird tauschen wir von beiden Waffen die im grünen Sockel gegen Diamanten aus somit haben wir noch ein bisschen mehr Schaden bei Elite Gegner und für den ganzen Rest stirbt das ganze nicht allzu schnell dann das weitere was natürlich noch ganz ganz wichtig ist ist ein Ingeom jedes mal wenn wir dann eine Elite töten können wir hier schnell über die Map daschen es ist eine relativ bescheidene Karte also da müssen wir echt in jede Ecke schauen weil wir wollen das Portal natürlich meistern das bedeutet wir müssen auch in der vorgegebenen Zeit alle einen Gegner töten und damit wir das hier gezielt ablaufen können hilft ein Ingeom schon sehr stark ihr seht auch von der Zeit her wie das ganze ähm aussieht im Sinne von wenn wir genügend Gegner um uns stehen haben nutzen wir schnell mal unsere ähm Zyklon also das alles herangezogen wird und danach rufen unsere Verbündeten herbei dann haben wir zumindest schon mal wieder eines für das Hauptziel dann töten wir mal alle Gegner das ganze dauert dann immer ein bisschen bis wir unsere Verbündeten erneut herbeirufen können in dieser Zeit die nutzt die natürlich lauft ein bisschen zurück deckt die Ecken auf meistens steht er noch irgendwo ein Mob und wenn ihr euch dann erneut einer größeren Fläche nähert solltet ihr alles wieder ready haben damit ihr eben die Gegner heranziehen könnt und eure Verbündeten beschwören damit das Hauptziel wieder aktiv ist dann während der Cooldown Phase solange das Talent nicht ready ist wieder in die schönen Seitengänge laufen und dann wieder weiter nach vorne wie gewohnt oder wie bereits schon immer bei den Portalen lade ich euch eine voll aufgedeckte Karte hoch dann seht ihr wo sind die Hots Spots wo ist mehr Fläche wo kann ich mit vielen Gegnern rechnen es ist nicht sehr knapp gemessen das bedeutet wenn ihr hin und wieder mal ist mir selbst passiert öfter mal 9 Gegner erwischt und nicht 10 also dass es knapp drunter war ist es auch kein Problem ihr müsst ihr das Portal nicht neu starten also es lässt auch ein paar Fehler zu ist jetzt nicht so dramatisch wo es dann dramatisch wird ist es eben die letzten Mobs einzusammeln sobald ihr nämlich die beiden Hauptaufgaben erfüllt habt bzw. die eine Hauptaufgabe die andere die gilt ja über das gesamte Portal dann müsst ihr euch sputen und die restlichen Gegner aufsuchen und deswegen ist es eben vom Vorteil in der Cooldown Phase des Talents hier in alle Ecken zu schauen dann wisst ihr zumindest von da wo ihr herkommt da kann kein Mob mehr sein und ihr erspart euch den gesamten Weg zurück ja Freunde das war mal so mehr oder weniger der Idealfall schauen wir vielleicht mal kurz in die Rüstkammer die findet ihr natürlich auch unterhalb verlinkt wie gesagt wir haben ein Frost Amulett und die Ice Climbers an das bedeutet Frost gibt uns keinen Schaden und die Ice Climbers verhindern dass wir eingefroren werden und natürlich ein Ingium damit wir hier schnell durchkommen bzw. weiter dashen können vom Schaden her sind wir hier bei einer halben Million also drunter wäre noch besser es geht aber gerade wie ihr seht wir haben einfach die Waffen ausgezogen andere Waffen angezogen damit wir hier eben die Edelsteine tauschen können von den Talenten her nur eine kleine Modifikation von unseren Inas Genmonk die Talente die wir halt einfach benötigen um das Set Portal abzuschließen deswegen hier die Begleiter mit reingenommen und dann könnt ihr schon direkt loslegen